Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu dem Book of Unwritten Tales. In der heutigen Episode sehen wir hier Tochter und Vater. Vater, der ein bisschen ein Fetisch für Umwelt hat. Nur ein ganz, ganz kleines Bisschen. Ist es auch dein Wunsch? Ich wünsche mir, dass du glücklich bist. Aha, also heirate ich ihn nicht. Leider gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Du bist eine Elfenprinzessin. Früher oder später musst du heiraten. Nur wann und wen, das würde ich am liebsten der Natur überlassen. Ich wünschte, du könntest Mutter davon überzeugen. Das geht wohl nicht so schnell. Ihr Vertrauen in deinen Männergeschmack ist ein wenig erschüttert seit... Du weißt schon. Sie möchte verhindern, dass dir noch einmal das Herz gebrochen wird. Deswegen hat sie jemanden ausgewählt, den sie für den richtigen hält. Okay, das tut das Allfakt des Schicksals benutzt. Den wir, oder dass wir im ersten Teil... ...nachgegangen sind. Du Papa, hättest du das Artefakt des Schicksals damals benutzt, oder hättest du es versteckt, so wie wir? Ich glaube, zu viel Macht korrumpiert jeden von uns. Aber du hast große Macht und hast sie nie für etwas Böses eingesetzt. Ich hätte mit dem Artefakt kranke Wälder geheilt. Ich hätte die Flüsse und die Luft gereinigt. Und dann... Dann hätte ich vielleicht Holzfäller verjagt und Fabriken der Zwerge zerstört. Aber ich hätte vielen Menschen helfen können. Dinge brauchen Zeit, Ivo. Erzwingt man Veränderungen, ohne dass ihre Zeit gekommen ist, dann sind sie nicht von Dauer. Das ist wieder eine Ansprache. Und geradewegs hinaus, ich bin... Ich muss dir etwas sagen, Vater. Aber ich weiß nicht wie. Du solltest dir nicht allzu viele Sorgen machen. Das ist nicht gut für das Kind. Du weißt es? Kann ein Zebra rückwärts laufen? Ja. Wie konnte das passieren? Woher kommt es? Das weiß ich nicht. Ist es wichtig? Ist es? Ich will wissen, was mit mir passiert ist. Dann suche die Antworten, Spätzchen. Wie kannst du da nur so ruhig bleiben? Weil ich weiß, dass am Ende alles gut wird. Und wenn es nicht gut wird? Dann ist es auch nicht das Ende. Ich muss nach Seephest. Zum Magier. Also zum Erzmagier reisen. Wenn selbst du nicht weißt, was es mit meiner Schwangerschaft auf sich hat, muss ich nach Seephest reisen und den Erzmagier fragen. Dass ich es nicht weiß, bedeutet, dass du nicht auf natürliche Art schwanger geworden bist. Und wenn etwas nicht den Gesetzen der Natur entspricht, dann ist es Magie. Mit diesen Dingen kennt sich niemand besser aus als Alistair. Dann sind wir uns einig. Wie Schnecken, die auf Kohlraben sitzen. Nur deine Mutter wird es nicht zulassen. Daran arbeite ich. Ja, daran arbeiten wir wirklich noch. Erleuchte mich, Vater. Helle und strahlend. Der gestreifte Kakadu und das hinkende Eichhörnchen hoch auf dem Dach der Welt gehören zu den großen Wundern der Welt. Hm. Darüber muss ich nachdenken. Ähm. Erleuchte mich, Vater. Hat mir jetzt nicht weitergebracht. Alte Menschen mit Sonnenbrand, geleugnet von denen, die unachtsam sind, gehören zu den großen Wundern der Welt. Hm. Darüber muss ich nachdenken. Gibt der Vater mal was Nützliches hier von sich? Erleuchtet. Übel riechende Murlocs, geleugnet von denen, die unachtsam sind, gehören zu den großen Wundern der Welt. Hm. Darüber muss ich nachdenken. Gut, noch einmal? Geht das noch einmal? Erleuchtet. Die Motte und der Löwenzahn, Tango tanzend und unflätig furzend, gehören zu den großen Wundern der Welt. Hm. Okay, ich glaube, da kommt nichts mehr bei der Welt, oder? Der weite Himmel. Tango tanzend gehören zu den Wundern der Welt. Noch haben wir es? Erleuchtet. Übel riechende Murlocs. Ach, haben wir es schon gehört. Ich habe einiges über das ich nachdenken. Auf Wiedersehen. Bis später, Vater. Und ich weiß jetzt immer noch nicht, also, ich sag mal, zwar, ähm, ein Druckmittel für Mutti, dein Vater ist ja dafür. Mutti. Man kann Mutter viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht fleißig ist. Im Gegenteil, sie arbeitet für drei, weil sie anderen nicht zutraut, die Arbeit genauso gut zu erledigen. Drei, also für Tochter und Vater dann auch noch. Nur was auch geraten. Mutter? Ja, Ibudora? Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Findest du wirklich, dass ich dick aussehe? Du bist nicht wirklich dick, meine Liebe, aber auch nicht perfekt. Muss ich denn perfekt sein? Ja. Man ist nie perfekt. Strenge. Aber man sollte immer danach streben. Wenn man einmal zufrieden mit sich ist, fängt man nur an, nachsichtig zu werden. Unzufriedenheit kann einen weit bringen, mein Schatz. Muss ich selber auch, äh, dran glauben. Du glaubst wirklich, dass dieser verkackte Prinz, äh, zu mir passt. Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Prinzen heirate? Weil ich glaube, dass es das Beste für dich ist. Und wenn ich ihn nicht mag? Dann wirst du lernen, ihn zu lieben. Warum kann ich mich nicht erst verlieben und dann heiraten? Und was, wenn du dich nicht verliebst? Willst du dann nie heiraten? Ja. Wie haben du und Papa euch, also, kennengelernt? Als du Vater geheiratet hast, wie lange kanntest du ihn da schon? Erst wenige Tage. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Er war der weiseste und stattlichste Elf, den ich je traf. Ähm, okay. Und wenn du ihn nicht geliebt hättest? Wenn du ihn vielleicht nicht mal gemocht hättest? Dann hätte ich ihn trotzdem geheiratet. Es ist die Pflicht einer Prinzessin, die Thronfolge zu sichern. Ob sie will oder nicht. Genau. Du wolltest auch nicht jeden Tag zur Schule gehen. Heute kannst du musizieren, malen, sprichst ein Dutzend Sprachen und hast erkannt, dass Bildung ein Geschenk ist. Vertraue mir einfach. Manchmal wissen nur Eltern, was das Beste ist. Störrisch. Aber, ja, man muss es im Nachhinein auch einsehen. Was können wir gegen die Seuche in Seefels denn tun? Weißt du schon, was wir gegen die Seuche in Seefels unternehmen wollen? Unternehmen? Nichts, mein Schatz. Es ist eine Angelegenheit der Menschen. Wir beobachten nur. Wie wäre es, wenn wir einmal ein Problem lösen, anstatt zu warten, dass es sich von alleine löst? Wenn Alistar meinen Rat wünscht, sollte er sich melden. Und bisher hat er das nicht getan. Aber... Ich drange mich nur mal drauf. Bis später, Mutter. Mach kein Gesicht wie sieben Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. Okay, nur noch die Steintafel. Ivo, Ivo, komm, Steintafel. Hier. Das Symbol befindet sich auch auf dem Boden der Spiegelschale im Garten. Keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist Mutters Fachgebiet. Mutti? Mutter? Was bedeuten die Symbole auf den Steintafeln? Die Symbole auf den Steintafeln? Was bedeuten sie? Erst deine Einsicht die Hochzeit betreffend und nun auch noch Interesse am Spirituellen? Du überraschst mich. Die drei Symbole stehen für drei verschiedene Formen des Wassers, die für viele Rituale wichtig sind. Wasser, das vom Himmel fiel. Weiter. Wasser, das aus der Erde quoll. Und Wasser, das im Mondschein badete. Hm. Was ist mit verschiedenen Formen des Wassers denn gemeint? Und was hat es mit diesen verschiedenen Formen des Wassers auf sich? Du hast mir vorhin von den verschiedenen Formen des Wassers erzählt. Was bedeutet das? Wasser ist nicht gleich Wasser. Es verwandelt sich. Wenn es aus einer Quelle sprudelt, ist es Quellwasser. Dann wird es zum Bachwasser, vielleicht zum Flusswasser und irgendwann Meerwasser. Die Stimme des Wassers ändert sich. Seine Seele. Und wenn man verschiedene Formen des Wassers mischt, kann daraus Wasser mit mächtigen magischen Eigenschaften werden. Aber es ist nicht so leicht, wie du es dir vielleicht vorstellst. Wasser ändert ständig seine Form. Ja. Regen ist Wasser, das vom Himmel fällt. Doch sobald es in einer Pfütze landet, ist es nur noch gewöhnliches Pfützenwasser. Bis später, Mutter. Ach, du heilige Kacke. Mach dein Gesicht wie sieben Stunden Regenwetter, Ivo. Lächeln. Okay, wir haben erfahren, was wir tun müssen. Das wird aber heiter werden hier. Haben wir ein Gefäß. Ey, Hut wieder an. So. Das ist ja durchlässig, das Ding. Wir müssen jetzt irgendwo ein Gefäß finden. Ich würde gerne wissen, was das hier hinten ist. Hüte, das sind Hüte. Okay. Ist das denn auch ein Gefäß? Ja. Ach, es ist schon das Ding weg. Nur mal in Schlafzimmer gehen. Eventuell finden wir da ja etwas. Karafels mal mitnehmen. Komm. Dich kann ich gebrauchen. Spiel oder jetzt mal? Ich weiß nicht, wie Cheap Cheap sich daraus befreien konnte, aber er erzählt... Ja, das ist ja auch spannend. Ach, wir haben jetzt aber gar nichts hier. Nichts! Und hier... Sonnenblumenkerne anschauen. Die Pflanze würde es wohl überstehen. Keine weiteren Kerne. Jopp, verstanden. So. Wir haben hier was vom Wasserfall... Wasserfall, also was aus dem Himmel gefallen kommt. Oder ist es Erde? Kaffe mit Wasser vom Wasserfall. Können wir das jetzt dann gleich hineinschütten in das Gefäß oder in die... Keine Ahnung, was das ist. Wasser vom Wasserfall. Man könnte auch sagen, Wasser, das vom Himmel fiel. Ja. Es funktioniert. Eines der Symbole glüht. Und Wasser, das vom Boden kommt, könnte man einfach unten im Wasserfall schöpfen. Eventuell geht das ja hier sogar. Oder... Wie jetzt? Ist das... Äh... Mond scheint. Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Ich glaube aber, es liegt... Ja, wegen Körperphysik. Im Vogelbad. Ah, okay. Hm. Wasser. Müssen wir dann noch einmal schöpfen? Aber ich habe keine Ahnung. Das ist ja eigentlich nicht gerade Wasser vom Boden oder so. Oder können wir das in die Schale und dann ist es dann normales Wasser oder wie? Gefäß ins Vogelbad schmeißen. Eventuell ist es ja wirklich normales Wasser. Dann. Also schön. Frisches... Und jetzt wieder rausnehmen. Geht auch nicht. Dammit. Können wir oben wieder... Wasser schöpfen? Eventuell ist es ja hier... Ah. Mondwasser vom Mondbrunnen. Wenn das kein Wasser, das im Mond scheint, badet, der ist, dann weiß ich auch nicht. Das Problem ist nur, Mutter bewacht dieses Wasser wie einen Schatz und steht direkt daneben. Ich kann nicht einfach etwas Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Also hier. Verschrecken, entschrecken, komm. Oh, Männer. Das wuchs ich auch nicht. Hey, komm, Mutti. Mal entschrecken mit dem Hut. Ah. Ja. Ja, Ivo, was bei den Göttern hast du da auf dem Kopf? Mein Anglerhut. Schick nicht. Setz das Ding ab. Hm. Das da im Mondbrunnen ist doch sicher Wasser, das im Mondschein badete, oder? Natürlich ist es das, mein Spätzchen. Kann ich etwas davon haben? Es ist heiliges Wasser. Wir benutzen es nur für besondere Anlässe. Wofür brauchst du es? Ritual. Es ist für ein Ritual. Ich möchte gerne ein Ritual durchführen. Dafür brauche ich Wasser, das im Mondlicht badete. Tatsächlich? Ich will damit einen Spiegel bespüren, der mich hoffentlich eine Frage... Ich will eins werden mit dem Kosmos, die Zukunft und Vergangenheit sehen. Ich will eins werden mit dem Kosmos und der Natur und die Zukunft sehen und die Vergangenheit. Eben die Dinge tun, die du tust. Aber Kind, dafür ist eine jahrhundertelange Ausbildung nötig. Nur Priesterinnen können das Mondbrunnenwasser für spirituelle Reisen... Spirituelle. Wegen wofür... Ah, Ritual. Kosmos gewaltig. Äh, ist eine Überraschung. Okay. Okay, liebe Leute, was wir mit dem Wasser anstellen? Das sehen wir in der nächsten Episode. Haut rein, wir sehen uns. Hallo auch hier im Abspann zu der Book of Unwritten Tales 2. Wieder mit Wilbur unterwegs auf extrem gefährlicher Mission. Wir werden heute durchstarten, beziehungsweise sind durchgestartet... ...und freuen uns auf eine weitere fabelhafte Geschichte hier im Reich der Elfen und weitere. Macht's gut, liebe Leute. Wir sehen uns dann bei weiteren zauberhaften Momenten mit Wilbur und Co. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.